Okay, das war Geräusch von der Luft im Neandertal. Aber stellen wir uns jetzt eine Dusche vor. Das Wasser in der Dusche zehrt am Boden, der mit jedem Jahr 0,1 mm dünner wird. In 100 Jahren wird der Boden 1 cm tiefer liegen. Und nach 1,000,000 Jahren befindet sich im Boden deines Badezimmers ein 100 m tiefes Loch. Du duscht ja über einem Abgrund, Mensch. Und nach 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Dann gut. Jetzt sind esente. Nach 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,- Vielen Dank.